so freunde willkommen zurück zum nächsten part vielen dank auf jeden fall fürs zuschauen coole sache ja medipack nehmen wir definitiv auf wo auch immer das war hier vorne ok haben wir so dann gehen wir weiter wir halten die position des pierson kommt und stürmen den hügel gemeinsam vielleicht hat er die müde umgang und ist allein los er hat nicht genug männer das hat ihn noch nie aufgehalten ich sagte wir warten hier und genau das werden wir tun bei allem respekt was wenn es als recht hat und pierson vorgegangen ist dann ist das mein problem denn jetzt ich hab da so ein bauchgefühl wenn ich mich nach ihrem bauch richten würde private wären wir immer noch auf dem boot in der normandie genau piercens trupp wurde bei kassarin ausgelöscht oder die geschichte wiederholt sich hoffentlich nicht ich will wissen was wirklich passiert nun nicht trau mich nicht hörner zu fragen aber wenn es dich interessiert okay unsere mission lautet die deutsche artillerie gemeinsam auszuschalten aber wenn piercen eine möglichkeit sieht wird er sie nutzen der trupp ist ihm egal zwischen tana und piercen zieht ein sturm auf und es wird immer schlimmer von so sitz aus jetzt klatschen wir den wir machen auf piercen keine ahnung was er vor hat aber seine bilanz ist eher unrühmlich wenn du hier wärst paul würdest du ihm die leviten lesen hoffentlich halten saßmann und aiello durch bis wir die geschütze angreifen hügel 493 hier sind die jungs in den tod am kassarin Hören Sie, Daniels. Wenn Sie ein eigenes Platoon führen, gibt es zwei Möglichkeiten. Schlecht und schlechter. Achten Sie auf Ihre Männer. Nur so werden Sie das durchstehen. Sagen Sie das, Pearson. Sergeant Pearson, bitten Sie, dass Sie nie in die Lage kommen. Lieutenant! Eine Übertragung von Baker. Sie greifen Högel 493 an. Pearson ist bei Ihnen. Was? Er hat unsere Jungs unter das zweite Platoon. Falken! Stopp! Oh, Junge, jetzt geht's ab hier. Damit willkommen zu BW2. Call of Duty. Sö, sä, jawohl, sö. Ich schätze, darüber sind wir hinaus. Geht einfach weiter, verdammt! Das sind unsere Jungs! Geht's dir gut? Alles klar. Wo ist der Rest? Pearson greift mit Ihnen die Kanonen an. Wir wollten auf Verstärkung warten. Geköpfiger Mistkerl. Wir kommen zurück! Snell! Sie brauchen uns! Warte, ich hab hier eine Gnade gesehen. Sehr gut. Leider keinen Snap, aber egal. Boah, Alter! So, wo wollt's so? Granate! Gnade! Ich sehe sie! FNF, die DEL! Feierherr! Deutsche! Sie warten auf! Jetzt! Gnade nach! er ist Wir wollen unsere Truppe verarbeiten. Feuer! Verwägung! Weiterquere. Leute, Truppen, sind gestritten. Verwägung! 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 Daniel, halten Sie die Nachhinein da aus! Verwägung! Verwägung! Rücken vor! Start nach! wir auf die Welt. Wir haben nicht mehr gefeiert. Wir haben nicht mehr gefeiert. sind stabil, Leute! Binnen die Nachhinein! Wir sind nicht mehr gefeiert. Berwägung! Berwägung! Er wird mit! Wir sind nicht mehr gefeiert. Wir haben nicht mehr gefeiert. Hölle Treffer! Hinsichtlich am Geruch! Wir haben nicht mehr gefeiert. Wir haben nicht mehr gefeiert. Junge, 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 das hier abgeht, das hier ab. Ich brauch nen Sniper. So, jetzt den hier. Boah, wenn das mal kein gezielter schöner Schuss war. Oh, Alter. Nein, 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 nein. Fast tot, fast tot, Junge. Schocks, M.G. Boah, ich komm hier nicht durch. Schock. Schock. Scheiße, Freunde, wie soll ich denn hier durchkommen? Was ruft da denn jemand? Ach, ihr verdammte Scheiße. Halt er durch, Kumpel! Halt er durch, Kumpel! Bin ich. Bereit, wenn du es bist! Bitte sehr! Wir müssen zu unserem Trupp vorritten! Daniels, du hast den Schaden! Ich brauche Munition, Lieutenant! Schön, dich zu sehen, Kumpel! Pierce, was zum Teufel haben Sie sich gedacht? Ich bleibe der Mission treu! Unser Pionier muss diesen Bunker sichern! Es ist noch nicht vorbei! Daniels, bringen Sie Parker dicht genug an den Bunker ran, um eine Ladung zu platzen! Ja, ich bin hier! Jawohl, Searchen! Scheiße! Okay! Daniels, sag, wenn du bereit bist! Den Kopf runter und los! Der Schaden-G muss unterdrückt werden! Der kommt Feuer! Los! Ich bin unterwegs! Der Schaden-G muss unterdrückt werden! Das ist deine Chance! Oh, oh, ich kann nicht aufstehen, Freunde! Fuck, irgendwas stüttelt. Ich kann nicht aufstehen. Ich kann nicht aufstehen. Freund, ich muss mich töten. Ich kann wirklich hier nichts mehr machen. Ich schütze mir das hier wegen dem Baum. Alter. Ich muss mich töten. Tja. Wenn das Spiel hängt, was soll man machen? So, auf ein neues. Der Kopf runter und los! Das NG weiter unter Druck setzen! Vorrücken! Los, los, los! Letzungsfeuer! Druckerfeuer unterdrückt! Kann ich sicher vorrücken? Jetzt, Parker! Bewegung, Bewegung! Da, Feuer, gehen! Feist nicht in, Batterie! Jetzt, Parker! Fuck! Daniel, schau'n Sie die Lado und bringen Sie hier! Okay, ich brauche Deckung! Ich hole mir die Ladung! Ich hab sie! Ich versuch's! Ich brauche Deckungsfeuer! Ich brauche Granate! Ich hab sie hier! Ich bin verstört! Dreckiger Denki! Kontakt zu 12 Uhr! Ladung klassiert zurück! 12 Uhr! Alter, gibt's doch gar nicht. Scheiße. Werfe Rauchgranate. Rauterfeuer unterdrückt. Jetzt, Parker. Der Dreh unterdrückt. Kann ich sicher vorrücken? Der Feind stürmt unsere Position. Das ist deine Chance. Werfe eine Rauchgranate. Er ist tot. Alter, jetzt bin ich ja fast tot. Die Junge, Junge, Junge. Werfe Granate. Was ist denn jetzt los? Hallo? So. Puh. Wie viele Verluste? Das war unsere Mission. Wie viele? Wir sollten diesen Hügel einnehmen. Sie hätten warten sollen. Dazu war keine Zeit. Was ist mit den Männern? Das ist ein Befehl. Zur Hölle mit den Befehlen. Denken Sie, ich wollte das? Wir sind Räder in einer Maschine, Joseph. Ohne klare Befehle geht alles den Bach runter. Haben Sie das vergessen? Diese 150er Feuer noch auf unserer Position. Immer weiter. Wir schalten sie aus. Jawohl. Daniel, die Artillerie ist da vorne. Öffnen Sie die Tür. So. Kurze Stillminut an unseren Kameraden, die leider gefahren sind hier gerade. So ein bisschen aufmutzen hier alles. Wir möchten ja nicht drauf gehen. Daniel, öffnen Sie die Tür. Jawohl, Sir. Das mache ich aber im nächsten Part wieder. Bis gleich, Freunde.